Der dickschalige Kartoffelbowist. Die Fruchtkörper sind hellbraun bis gelbbraun und können bis zu 20 cm groß werden. Die Form ist kugellig bis eiförmig. Schneidet man ihn auf, so hat das Fleisch im frühen Stadium eine fast weißliche Farbe. Später wird sie grau-schwarz, wie man auch gut hier erkennen kann. Einen Stiel hat er nicht. Man findet ihn im Mischwald, gerne bei Buchen oder Fichten, vom Frühjahr bis in den Spätherbst. Er ist ein Giftpilz und kann Magendarmstörungen verursachen. Vereinzelt kann ein Verzehr auch zu schweren Vergiftungen führen, mit massiven Sehstörungen. Um sich zu vermehren, schießt er seine Sporen bei Druckausübungen wie zum Beispiel Regentropfen aus einer Scheitelöffnung. Deshalb wird er auch gerne Puffpilz genannt.